Jhun, ich dreh am Rad. Alter, fuck! Nein! Neeein! JUg, ich hätte greeden sollen! Doch! Ich weiß nicht, ich hatte equation für RNG. Hey, Lüge. Einfach bester Blood Watch-Spieler Ellen. Machst du nicht. Einfach besser. André, das ist Peak-Performance. So läuft sie jetzt. So, warte. Ich muss mal wieder recappen. Ich muss runterkommen, Chat recappen und entspannen. So, also. So, also. Keine Sorge, die bummst sich noch. Am Ende ist das dann doch zu geworden. Die haben mich doch noch gebummst. Maria soll sich mal anstrengen. Der kriegt hier noch Hoffnung. So, Junge, ey, das wäre fast der... Alter, Maria, first try, ey, holy... Also, irgendwie habe ich die Schwere und Stärke. Ja, ja, true. Weil du den Chat noch nicht gesehen hast. So, also. Da wurden so viele Attacken zufällig. Ich glaube, Junge, alles Skill, Alter. Purer Skill, Junge. God bless this man. Purer Skill, Alter. God bless this man. Also. Oh mein Gott, du weißt nicht, was für ein Lack. Glaube ich sofort. Dankeschön, André. Wenigens einer, der glaubt. Definitiv mehr als lang können. Alles Skill, alles Skill. Bitte nochmal CC. Junge, what the... Was ist denn los mit der Capture Card heute? So. Wie kann man nur so verdammt... Alle Skill, alle Skill. Ich gucke nochmal im Guide, was da steht. Tipp Nummer 2. André, es ist wie im Fight Club. Tipp Nummer 1. Ne, Regel Nummer 1, nicht sterben. Regel Nummer 2, noch weniger sterben. Also. Wie gesagt, ich habe die echt schweren Erinnerungen gehabt. Oder aber die wurde so... So hart genirft. André, ne Cursed Emotes. Alter Junge, was ist das für ein Emogas, Alter. Junge, what the fuck. Das ist kein Among Us mehr, das ist Emogas. Das ist der Pirate, das ist das Pirated Game im Emogas. So, also. Oh, Junge. Oh mein Gott. Scheiß. Ich hätte greeden sollen. Alter, unfassbar. Das gibt's nicht. So, Leute, wir müssen kurz... Wir brauchen mal ein neues Papier hier. Wir müssen mal unser Gear aufstocken. Wir brauchen ein neues Papier hier. Wrong for... That's correct, mate. In it. Wir bauen uns den Hopstream nach. Der Throat auch nur. Wo kommt denn der Junge? So. Äh, so. Äh, so. Was haben wir denn hier? So, mit ein paar Insights lässt sich das Problem doch ganz... ...nix lösen hier. Also, nehmen wir mal... ...zehn hiervon. Und fünf davon. Sollte... Sollte genügen. Sieben Insights ist okay, oder? Sieben Insights können wir mitnehmen. Und sonst haben wir sowieso hier noch, ne? Alter, holy shit. Holy moly, we rich, man. So, dann haben wir hier nochmal Inside. Äh, äh... So, zack. Ja, wunderbar, wunderbar. Also, dann haben wir das, haben wir dit. Ja, und Leute, falls ihr euch fragt, warum der... ...warum der Bot die ganze Zeit sich meldet. Ich hatte einen Timer eingestellt, dass... ...dass er jede Stunde unseren Pile of... ...unsere, ähm... Oh, ich hab ein Excel-Sheet, by the way, für uns, äh... ...für uns bereitgestellt. Der postet immer einmal die Stunde... ...äh, unseren Stand... ...vom Pile of Shame, wie weit wir sind... ...und noch den Excel-Sheet. Und, und halt noch alle... ...der Bot ist kein Moddinger. Oh, warte, 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 warte. Warte, ich muss nicht schnell modden. Warte, wo... Aber war nicht Lady Maria zum Release vom DLC... ...nicht sogar der härteste Boss im gesamten Spiel? Oder verwechsel ich die jetzt so richtig hart... ...mit irgendjemandem? Aha. Es ist sein zweiter Arbeitstag. Letzte Woche war sein erster. Heute ist der zweite. Man, der hat das nicht verdient, ey. Der Bot gibt sein Bestes. Er ist auch nur ein Bot. Er gibt sein Bestes. Who's orphan? Wer waren die Orphans? Warte, Orphans? Sag mir, actually, was. Wer waren die Orphans? Siehst du noch? Sind die Embryos nicht die Orphans? Sind das nicht die Orphans? I know. Okay. Äh. Ah, Skaven. Yes, yes. Ah, Skaven. Yes, yes. So, also. Nun denn. Was haben wir denn hier? Blitzpapier haben wir da. Oh mein Gott. Wir hätten das... Alter, es ist... Es war wieder einfach nur ein... ...ein Prepare-Problem. Wir hätten uns einfach nur besser preparen müssen. Fuck. Ähm. Das hätten wir im Hintergrund laufen können... ...laufen lassen können. Ey, Mann. Jetzt. I'm dead, man. So. Und das hier. Da rein. Zack. Wunderbar. So, also. Nun gut. Nun gut. Ich hätte, die Excel hast du aber nicht ernsthaft selber zusammengetippt. Vielleicht. Vielleicht. Meister. Vielleicht. Wieso? Na, Spaß habe ich natürlich nicht, Alter. Habe ich, äh... Hahahaha. Play Night heißt der Client. Da kannst du... Ich heiße C das als Werbung. Egal. Ich habe mir einen, äh... ...generieren lassen. E Excel-Cheat. Hahahaha. 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 Also, Leute. Fokus. Bei dir weiß ich... Hahahaha. Hahahaha. M-Monkey Testing. Hahahaha. So, also, Leute. Fokus. H-h-h-h-h-h-h. Jetzt weiter. ...juhu-h-h-h-h-h-h-h. Fokus, focus, focus. Suck at my blade, Maria! And not this blade. The other blade. The other blade. Jetzt macht ihr wieder den GTA seitlich schießen. Junge, was ein Tanz hier. Alter. Hopp, komm rein und schau den Stream, Hopp. Ich zeig dir Blattboden, Junge. Du, was ein Tanz, die Dodges. Hopp, teach me, please. Ich nehm alles zurück. Ich hatte diese Phase. Mann. Oh, nein, ich dachte, ich kriege den Staggert. So, warte mal, wir machen folgendes. Oh, Leute. Den kenne ich nie gedeutscht, actually. Oh, Mann, ich wusste, dass es der, es der Pierce ist. Trotzdem habe ich das Ziel. Unglööö. Nein! Maria, entspann dich! Jetzt lass mich doch mal rein! Oh! Oh, die Ruhmstöhnerei! Entspann dich, Maria! Jetzt weiß ich, warum Ellen hatte recht. Raven wollte deswegen, dass ich lauter drehe. Nein! Und den kassier ich immer. Oh, sah der Move schön aus! Hit mich nochmal damit! Junge, ich greete, ich greete, ich greete bis zum Ende! 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 Junge, actually, first try. Seid ehrlich, first try. Also, literally, first, 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 first try. Mami, nee! Dein Damage ist lächerlich! No! Warte, was, warte, was! Lächerlich! Piss dich! Da hab ich euch enttäuscht! Warte, ich sterbe, ich enttäusch euch! Ich gewinne euch, ich enttäusch euch! was meintest du ellen mit mit level 84 hast du das game warte war der jetzt war der jetzt lächerlich hoch oder lächerlich wenig i don't get also probably lächerlich hoch aber da haben wir es ordentlich gegeben alter du stirbst an einfachen bossen und insta kills die schweren ja ellen das ist kein one time happening über überlass es den nächsten das ist kein one time happening die shadows habe ich auch glaube ich second try gelegt die drei shadows second try war das oder nicht und die war auch für zwei kommen dieses diese one spiel das kannst du jetzt nicht zählen das ist first try alter ich bin so schlecht in dem game ich will dass der erste dass er erste zwei ex die als first try durchgeht das war warte warte wir haben gar nicht hochgezählt wir haben von vorhin noch einen date das war action first try alter der versuch von vorhin die die diesen diesen ein hp kann es ja nicht zählen wir wissen kiesel stein der der maria in die fresse fällt die schon um so wenig die hp hatte die elner wo ist die denn jetzt hin was hat die gedroppt mami nein waifu himmels zifferblatt himmels zifferblatt bring on the challenge boys where your next boss at huh where your next bring 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 em all bring die ne gut ich komme dann nochmal für sich das wird mir zu in anführungszeichen skill ich hier secure hatten wir beide wollen mit andre zusammen angefangen der war der war bei mir als wir das geholt hatten hatten wir angefangen wie kamen mit schule aus dem startgebiet nicht raus also secret 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 fan so was machen wir den hochhalten aha gibt es hier noch irgendwas zu tun leute hinweise an sind gibt es maria noch mal zu verhalten oh lol alter ach so okay nein maria der stuhl der stuhl maria nein es tut mir leid maria sniffer 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 so also gut hätten wir das auch erledigt himmels zifferblatt hoch halten Kennt ihr den Tekken-Sniffer? Bubaware. Bubacheck. Wenn ich mich in die Finger kriege, dann mach ich Saschi. Also nachdem Maria fight, mach was du willst, Rain. Mach was du willst. Ich hab Maria first try gelegt. So, also. Oh, Leute. Was ist das denn, Alter? Leute, ist es safe to proceed from here on on? From here on. Soll ich droppen? Wo haben die nächste Lantern? Nein, absolut nicht. Echt jetzt? Wir haben auch keine Lantern. Warte, wir nehmen mal kurz ein Level mit und dann springen wir da mal runter. Wir gehen mal kurz zurück. Oh, die Lantern haben wir auch gar nicht aktiviert. Holy shit. Schnips. So. Warte, warte.